Kurzarbeit Inseldienst Existenznot Arbeitsloser Geld frei Altersarmut Schließt euch uns an Ich begrüße euch recht herzlich in Wiesbaden Ich bin erstmal stolz auf jeden, der es hierher geschafft hat Und ihr könnt auch stolz sein, dass ihr es geschafft habt, hierher zu kommen Machen wir die Musik aus Alex Ja Gott, so ist das mit den kleinen Pannen Also ich find's toll, dass ich diesmal nicht auf einer Bühne stehe Sondern hier mitten euch Denn ich bin eine von euch Und wir alle stehen hier zusammen Um diese Scheiße zu beenden Und wir werden sie beenden Ich möchte erstmal ein paar Worte an die gleichgeschalteten Medien und Staatspropagandisten richten Dies ist keine Querdenken-Veranstaltung, wenn das auch immer wieder propagiert wird Hier steht der hessische Protest Wir sind keine Rechtsradikalen Und wir sind auch keine Verschwörungstheoretiker Wir sind Realisten Und im Gegensatz zu manch anderen Sind wir noch in der Lage, die Zeichen der Zeit zu erkennen Und die sind verdammt dunkel Sind wir uns da einig? Ja Das Erschreckende hier ist Dass die Presse ihren Job nicht macht, oder? Ja 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 Die wieder normal arbeiten gehen wollen Die wieder normal ihr Geschäft aufmachen wollen, oder? Ja 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 Hier stehen Menschen, die ihre Kinder wieder normal zur Schule schicken wollen Ohne Angst, oder? Ja 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 Und hier stehen Menschen, die sich gegen die Zwangstestung und gegen eine Zwangsimpfung aussprechen Oder sehe ich das falsch? Ja 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 Hier stehen Menschen, die nicht an jede Ecke von der Polizei gestellt werden wollen, weil sie mit mehr als drei Leuten über den Fußweg laufen, oder? Ja 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 Und die nicht länger akzeptieren, dass Alte in den Alten- und Pflegeheim isoliert werden Und vor allen Dingen stehen hier Menschen, die die Nase gestrichen voll haben von dieser Politik Bravo Ja 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 Und die unterirdische und unehrliche Darstellung der Presse, die sich seit geraumer Zeit aufs Diffamieren ihrer Mitmenschen Und dem Verbreiten von dem Verbreiten von gleichgeschalteten Staatspropaganda spezialisiert hat, die nimmt nun absurde Ausmaße an. Und das ist gut so, denn das Gerüst zerfällt, der die Wahrheit sagt und keine Merkel-Parolen brüllt, wird medial diffamiert und als rechts verbrannt. Und das ist Deutschland, das ist Deutschland. Ich wüsste jetzt nicht, was an der Kritik der derzeitigen Allmachtsfantasien und dem Erhalt unserer Grund- und Freiheitsrechte rechts ist, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass rechts... Die hat's noch gar nicht fettig gedreht Die hat's noch gar nicht fettig gedreht Die ist noch gar nicht fettig gedreht Raus! brainw poster Kapp aus confessed Die kriege die Ordner Braus raus Pressaausweis Wo ist der Presseausweis? Wo ist der Pressaausweis!? Ich habe mich ausgewiesen, er wollte sich auch ausweisen und jetzt hat er es dahinter. Er fotografiert meinen Presseausweis. Können wir kurz mal am Rand kommen? Ich will die Rede filmen, die ist wichtig. Behören Sie zur Versammlung oder dagegen? Ich bin Presse. Presseausweis! Presseausweis! Ich will die Rede jetzt halt. Presseausweis! Von welcher Zeitung sind Sie denn? Fragen Sie ihn bitte mal. Von welcher Zeitung sind Sie? Presse. Ja, aha. Warte, ich will nicht sagen, auf welcher Zeitung sind Sie? Ich will nicht fotografieren, das geht nicht. Verpisst dich, du Arschloch. Verpisst dich. Verpisst dich. Werden die Herren betreuen? So, ich würde sagen, wir machen hier weiter und die Polizei räumt die Antifa ab, oder? Wir wissen aber nicht, warum die Antifa überhaupt hier ist, weil wir sind nicht die Antifa und wir sind nicht die Faschisten. Die stehen da drüben, die Faschisten, oder? Wir müssen in der Stadtpropaganda lügen, oder? Ja! Wir sind heute zusammengekommen, weil uns seit über einem Jahr scheibchenweise unsere Grund- und Freiheitsrechte geraubt werden. Wir stehen hier, weil unsere Grundrechte nicht verhandelbar sind und weil es reicht, oder? Eine kurze Erklärung für alle, die kein Verständnis dafür haben, wenn Bürger für den Erhalt der Grundrechte auf die Straße gehen. Auch für Sie. Ja! Die Definition der Grundrechte hören Sie gut mit zu. Grundrechte sind wesentliche Rechte, die den Bürgern des Staates als beständig, dauerhaft und einklagbar garantiert werden. Die sind also kein Geschenk. In erster Linie sind die Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Und sie sind selbstverständlich. Sollte man nein. Und in der Merkel-Regierung ist allerdings rein gar nichts mehr selbstverständlich, außer der nächste große Klopf, der selbstverständlich nicht lange auf sich warten lässt. Oder seht ihr das anders? Merkel ermächtigt sich zum Alleinherrscher und alle schauen mit zu. Dass wir sowas nochmal erleben müssen und so viele mitmachen, also ich hätte das niemals für möglich gehalten. Ihr? Sie entmachtet Ministerpräsidenten, Landräte und Bürgermeister per Bundesgesetz. Sie stellt die Amts- und Verwaltungsgerichte durch Zentralisierung kalt. Vermutlich, weil diese in der letzten Zeit einige Eingriffe in die Bürgerrechte gekippt haben. Wenn also das Merkel-Regime der Auffassung ist, dass ein Weitersucht völlig in Ordnung ist, dann sagen wir, wir werden uns das nicht mehr länger bieten lassen. Statista hat vor ein paar Tagen ganz offiziell veröffentlicht, dass wir 11% Untersterblichkeit haben. Untersterblichkeit, nicht Übersterblichkeit. 6.000 Intensivbetten sind im letzten Jahr abgebaut worden und 21 Krankenhäuser wurden geschlossen. Und das in der angeblich schlimmsten Pandemie aller Zeiten. Über was reden wir hier? Wir sagen Nein zu diesem Irrsinn. Und wir stehen auf, oder? Bundesweit laufen heute Proteste in den Landeshauptstädten und das ist verdammt gut so. Wir grüßen Deutschland! Am Mittwoch geht der Protest ab 10 Uhr am Brandenburger Tor weiter. Deutschland ist erwacht und wir werden nicht mehr einschlafen, oder? Wir fordern die sofortige Beendigung aller sinnbefreiten Maßnahmen, oder? Wir fordern ein Ende der Panikmache! Schluss mit dem Irrsinn! Lasst unsere Kinder in Ruhe und hört auf, den Alten Angst zu machen und sie zu isolieren! Wir sagen Nein zu diesem Irrsinn und holen uns unsere Grundrechte zurück! Die Regierung sollte sich vor Augen halten, wer hier der Souverän in diesem Land ist. Der Souverän sind wir! Und wir sagen Merkel muss weg! Merkel muss weg! Wir sagen noch viel mehr! Wir sagen von der Leyen muss weg! Söder muss weg! Spahn muss weg! Laschet muss weg! Lauterbach muss! Naerbock muss! Söder muss weg! Habec muss! Söder muss weg! Unser Ministerpräsident Bouffier muss! Söder muss weg! Und wir wollen noch keinen wieder trosten oder angeblich geimpften C-Promi mehr sehen, oder? Söder! Es reicht! Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht! Wir holen uns unsere Rechte zurück, denn wir sind viel mehr. Ich danke euch. Die Polizei und die Versammlungsbehörde haben mich gerade noch mal darauf hingewiesen, dass wir hier ja die Abstände und die Maskenpflicht einhalten sollen und alle Ordner ihren Aufgaben nachkommen sollen. Ja, besonders bei der Presse sagt hier jemand, die entsprechen auch immer sehr dicht, einmal auf die Pelle rückt hier. Deswegen bitte alle die Abstände und die Maskenpflicht einhalten. Bei 1000 Leuten auf diesem kleinen Grundstück ist es nicht praktisch möglich. Also müsst ihr die Pflege übergrößern, dann haben 1000 Menschen mehr Platz. Wir lauten doch gleich spazieren, oder? Also, ich habe mir das Ganze hier mal angeschaut. Und ich denke eigentlich, dass das alles so weit allen Leuten hier ihren Pflichten nachkommen. Ich habe alle Leute darauf hingewiesen, dass sie entsprechend ihren Pflichten nachkommen. Und das sage ich hier ganz offen. Persönlich bin ich mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden. Das sage ich auch ganz offen. Und vor allen Dingen bin ich auch nicht mit den Maßnahmen einverstanden, die unsere Kinder, unsere Kinder jetzt ja durchmüssen an den Schulen. Ja, die jetzt findet vom Kultusministerium an Luisenplatz eine Versammlung gegen diese Kindesmissanzungen statt. Jawohl! Das ist das Kindesmissanzum. Ich möchte ganz zu Ende sprechen. Oder wollen Sie ins Mikro sprechen? Polizeistaatsmethoden sind das hier! Polizeistaatsmethoden! Haut ab! Wir sind freie Bürger und keine Untertanen. Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Aber scheinbar... Haut ab! Na, was bist du für ein linker Scharnalje? Von welcher Zeitung bist du denn? Wir kennen uns. Von welcher Zeitung bist du denn, Scharnalje? Von welcher Zeitung? Wir werden die Ordnungsbehörden durch die Stadt. Welche Zeitung? Das sind Polizeistaatsmethoden. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das sind Einschüchterungen durch die Polizei. Wir haben ja Rechte zu Demokratie. Das sind Polizeistaatsmethoden. Das sind Polizeistaatsmethoden. Und ich kann das nicht verlangen, dass andere das in meinem Namen machen. Und deswegen beenden wir euch diese Versammlung. Vielen Dank. Ihr könnt euch jetzt von der Versammlung entfernen. Es gibt genug andere Versammlungen, wo man hingehen kann. Werdet aktiv, Leute. Vielen Dank. Friede! Freiheit! Keine Diktatur! 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 Keine Diktatur! Friede! 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 Untertitelung des ZDF, 2020